wir kommen heute zu einem bett und zwar mit diesen geilen zwei ja freunde wir uns gedacht wir haben hier ein paar von diesen bundesliga upgrade setzt wir machen ein kleines pack battle die man sich natürlich gemeinsam an kleines riesen weil der verlierer muss am freitag zum neuen tod wahrscheinlich italien sein wird den ersten tods in der zieht diskaden wir haben einen guten benji auch eine folge aufgenommen deswegen auch hardcore weil wenn man jetzt zum beispiel hier verliert und beim benzin verliert aber sogar zweites karten also check das aus ist er jetzt in deinem team dort hinten oder nicht ja ist am selbe boot ja sind wir zusammen wir beide im brunnen wir sind oben ich hab schon vieles gezogen der plan ist wir haben 40 packs erstmal nur 20 zu öffnen noch 20 wieder im stream zu machen aber wenn wir verlieren dann machen wir einfach noch mehr ja ne aber die sind gut die sind wirklich gut ja wir machen schnick schnack schnuck und man darf nur man darf die reihenfolge nicht mehr brechen wegen benji ähm man darf die reihenfolge warum denn nicht nein 69.000 likes weil benji 69 der gewinner von uns hier legte fest okay schnick schnack schnuck alles schnick schnack schnuck schnick schnack schnuck schnick schnack schnuck ja nicht nein das ist unser kanal unsere regel Timo fängt an dann gehen wir zu bosio rüber dann switch wir zu mir und dann zu benji ich brauche ja Abitur für die reihenfolge ja okay Timo fängt an hier bitte wir gehen rein lasst den Augen nach oben da Freunde schreibt mal in die Kommentare was ihr gezogen habt genau man darf wirklich nur nach der reihenfolge nee kein Gerard aus Amor Ich bin Timao von der Mount Everest Hey, was ist mit der Kamera los? Ich bin Timao von der Mount Everest Na, nach der Reihenfolge Kai Harbert, Tots So, würde ich sagen, er ist ein Tots, oder? Achso, der ist immer wieder ein Tots Oh, der hat gesagt Lass mal das Tots zählen, oder? Ich tue erstmal ein Walkout hier raus, Freunde, ganz entspannt Wer hat denn gesagt, dass die Sets gut sind? Jeder, bitte Tots Hey, okay, erste Runde ging an Timo und Bossio Zwei Mal, genau, Timo ist bei mir ein langes Ausgesamten Wahrscheinlich Strafe sie sich, Mann Alter, ich hatte auch in 5-Packs zwei Tots bei mir Ja, da hinten El Maestro ist da Welche Reihenfolge hast du festgelegt, Digga? Wir haben gesagt, das erste ist immer gut Hinteräger Bist du mit den Kaltanern, da? Jungs, was denn da los? Gegen was stimmt dir das, glaube ich? Ich glaube, ihr habt einfach zu viel gemacht Dann geht der mir jetzt so Okay, wir führen so mindestens Hier hab ich 1, 2, 3 Ja, Freunde, kommt zu mir einfach Da ist das Fakt dann mal Also, wenn es so weitergeht, dann machen wir doch die 40 auf Solche Problema, Senor Digga, da gibt es ja, was ist denn hier los? Ich bin, also ihr seid aktuell Land of Mount Everest, ganz klar Na klar, was denkst du, wo du bist? Ich hab gesagt, der Brunnen ist aktuell Einer doppelt So, jetzt machen wir doch Ist doch alles, alles Easy Ich mach's jetzt, ich bin ready Ich bin ready Digga, das stimmt doch wirklich was nett, ne? Digga, was ist das für euch? Oh, Meister! Alex, lass mal tauschen, gib mal deinen Cap Fahr weiter Also aktuell führen wir mit 84 Digga, was ein geiles Packband Wie viel habt ihr denn schon geöffnet, ist jetzt die Frage Zieh durch den Laden Wie, 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 wie? Vor allem über dieselben Ey, ich hatte in denen auch mehr Land Die Gans Wie, eigentlich bereitet er sich gerade auf ein 99er-Leber vor, Digga Ist das nicht aus? Ich bin dran Das ist schon ganz gut aus 99er Lewan Stofski Jaoo! Digga, ist so Honestly Digga, wir haben uns einmal gefreut, dass Todd da war Wir freuen uns heute. Das ist sogar 94. Das ist ja ein gutes Rating, oder? Ist okay. Wir haben uns einfach gefreut, dass ein Trotz da war. Ah, kommt doch. Ich wollte nur den Schrei haben. Zieh nach, zieh nach! Wie viel machen wir denn jetzt noch? Ich zieh durch. Wir kriegen plötzlich Karten, Digga. Ich zieh die 40 durch. Scheiß drauf. Na, die Mögrantie sterben. Man sieht es übrigens schon, bevor er nicht rauskommt. Jetzt weiß das keiner. Woran siehst du denn das? Na ja, verrat ich nicht. Ich kann nicht predict. Ich predict das, wenn es weit ist. Ich sag's jetzt jedes Mal. Hier? Keiner. F***er, du nüsst die ganze Spannung. Na, soll ich Spannung nehmen, oder soll ich jetzt Spannung geben? Keiner. Digga, was ist das? Ich glaube, ich steht ja eigentlich nicht, weil sie schon im Besitz sind. Ja, Mann, das sagt ja. Ja, wir müssen die ersten Vereine zu Timo-HC und Qualdemirbein haben wir schon. Schauen wir mal R2, ja? Nein! Digga, was ist das denn? Das stimmt wirklich. Schatz, bei euch waren die doch sehr besser etwa, oder? Ich glaub, der Account macht sich grad ready für Timo-Werner. 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 Was kostet ein Pack? 10, 15, 20k? 20k. Ja, 20k auf den Weg raus. Ja, super. Muss ich jetzt wieder regeln, oder was? Super Packs. Super Dinger sind jetzt. Komm, Leva. Komm, schalte her, Leva. Ach du Scheiße. Jetzt bricht ich mal ein bisschen pushy hier in die Bude rein. Was ist denn da los? Ich bin echt nicht gierig. Ich hab jetzt gedacht, wir öffnen da von 20, öffnen die 10 Tonze denn? Ja, in welcher Welt lebst du denn du? Wo drückst du denn nur auf? Schalosch. Nice. Oh, gut. Na gut, du kannst schon zwölf Dach selber mitnehmen. Seh da, wenn du machst. Wenn ich's jetzt mach. Nee. Das ist grad ein ganz tiefes Loch. Wo dran sieht er das? Das ist hier grad ein ganz, ganz tiefes Loch. Was siehst du doch? Das blinkt da bestimmt blau oben drüber auf, nicht gold. Ja. Safe, oder? Ja, safe. Was soll denn sonst sein? Was denn sonst? Ich zeig's euch. Shit, Mann, was ist das? Nix. Also bei mir war nicht. Ich mach das Video doch nicht bei euch hier, ne? Ich zieh ja nix da draus. Das sind die schlechtesten Player Picks, die ich ohne Witz... Digga, ich hab gestern im Stream, am Sonntag, 5 Stücke gemacht und hatte 2.000 Stunden. Digga, gut, vielleicht ist es bei unserem Account, denk vielleicht, oh, es ist Rewards, geheimlichen Player. Ja, das könnt's sein. Und dann, äh, zieh doch mal kurz die Handbremse, Digga. Ey! Ach, ich lässt ihn wieder ab. Digga, ich muss salven, Dots ist gar ein. Ja. Ja, super. Soll ich dich retten? Digga, was hast du denn? Mensch, Welte Körper da oben, Alter. Soll ich dich aus dem Loch hole? Ich hab eigentlich keinen Problem damit jetzt, falls du dich fragen willst. Läuft? Läuft. Läuft. Scheiße, jetzt könnten sich ein bisschen Heimvorteile erarbeiten. Äh, ein bisschen klein durch. Scheiße. Ja! Ja! Richtigste TT-Arbeit. Ja, der wird mit. Im Endeffekt, die können ja noch ein paar Tots ziehen, solange die dann nach einem 6.00 Uhr ziehen. Ja! Oh ja, die liebst. Ich kann mich gar nichts nehmen. Ey, ich muss... Die Maus. Welches Tots kommt da eigentlich? Aber die Maus, du musst immer wieder was. Digga, ich... Ein gutes Pferd springen. Ja, aber... Ich ziel einfach nur gerade. Digga, spring hoch. Nix. Wirklich. Ich wäre... So einen Leber würde man gerne mitnehmen. Maula hat auf jeden Fall hoch. Thomas Müller reicht, Digga. Thomas Müller reicht! Bois! Nix. Ich jetzt wieder regeln oder was? Das geht nicht ganz, ganz gut los. Okay, bin ich bereit für den Leber? Bin ich bereit? Mach ihn, Digga. Nix. Boah, brutal. Brutal wirklich. Brutal, Digga. Wie viel sind es noch? Fünf? Da müssen noch zwei Brau rauskommen. Sag euch, wie es ist, ne? Das wäre ja... Das wäre... Wie viele Coins habt ihr investiert da drin? Hör auf, siebenhunderttausend. Ah! Nein! Zig der Regated ist nix. So, die letzten vier. Einen kriege ich noch. Einen kriege ich noch. Machst du jetzt? Das war ich nicht. Das war ich nicht. Du hast die Kontrolle in der Hand. Ja, mach. Komm, jeder einer. Jeder hat noch eine. Machen wir free? Free Willi? Kann man es jetzt aussuchen? Ja, mach. Jetzt plötzlich. Nein, nein. Einfolge. Okay, gut. Aber dann verpahre ich jetzt sofort einen 99er Leber. Ja, mach doch. Okay. Leider nein. Digga. Wo ist die 31er Aktion, Alter? Boah, Digga. Jetzt hol mich bitte zurück ins Boot. Lass uns kein U-Boot-Fahrer sein. Nein. Das war's. Das Ding ist durch. Also, das war ja wirklich eine Katastrophe, was ihr da habt. Schon traurig. Das Video darf man eigentlich gar nicht holen, also schlicht man die Packs. Ach, 90er Neuer. Ich hab die alle gezogen. Ja, da würde ich mir mal Sorge machen. Benji. Jetzt musst du, Digga. Jetzt musst du. Ich mein, mir ist es wurscht. Aber... Leider nein. Einmal bitte abgeben. Meiner, ihr habt gut gekämpft. Ihr habt noch 20 Packs, habt ihr keine gezogen. Ja, ich mein das. Sag die Mom. Ich würde sagen, wir holen mal kurz... Also, wir holen mal wieder alles hoch hier kurz, ne? So, ne? Äh, ja. Ausbeute war jetzt nicht ganz so gut, ja? Aber, man muss sagen, wir haben das Ding nach Hause geholt. Hier. Das ist das Wichtigste, weil da hinten darf einer das fahren. Und hoffentlich ist es in Christiano und Lalo und Lalo und Lalo. Ich wünsch's dir vom Herzen. Ich wünsch's dir vom Herzen. Ich wünsch's dir vom Herzen. Oh mein Gott. Ich wünsch's dir vom Herzen. Oh mein Gott. Ich wünsch's dir vom Herzen. Oh mein Gott. Ich wollte eh nicht so viel investieren am Morgen. Das ist die kalte Art. Das ist eh scheiße, Leute. Ja, Freunde. Wir sind ein bissl aber enttäuscht, ne? Was hätten uns ein bisschen mehr erwartet. Er hofft ihr, ne? Du hast groß angepriesen, aber leider... Egal. Guckt bei Benji auf jeden Fall das Video an, was da jetzt abging. Aber Timo, ne? Egal. Jetzt war Benji. Kannst du jetzt bissl. 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 Haut's da rein, Freunde. Ciao, ciao. Ja, Freunde. Ihr habt jetzt ja die Packs in dem Video gesehen, ne? Wir hatten da 40 Packs. Die waren super, ne? Im Stream haben wir dann einfach nochmal drei gemacht. Und, äh, ja. Schaut, was da passiert ist. Nochmal so zum Abschluss. Sensational. Unglaublich. Und, äh, PJ, ne? Du hast diesen langen Erinnerung. Gönnt euch. Ciao, ciao. Ehre. Ja, steigend. Oh, ich hoffe. Oh, Mann! Digga! Digga! Timo! 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 Komm her! Digga, ich mach drei Minuten weg! Guck her! Guck her! Guck her! Guck her! Was ist da los? Guck doch! Digga! Was ist der Wert? Wer ist auf Mount Everest? Ah, hier finde ich das sogar. Was ist der Wert? Alter, eine Mille! Aber ich würde sagen, wir nehmen Hasebe mit, oder? Digga! Timo! 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 Timo!